Willkommen zu einem weiteren Part von LL Noir. Unser nächster Fall heißt falsche Papiere. Gestohlenes Fahrzeug, okay. Da nicht. Ja, ich muss noch mal gucken, wo der Ausgang ist. Ich bin ein bisschen ballerballer. Da steht es doch, Exit. So, nein, das ist der falsche Knopf. Wo sollen wir hin? Anruf wegen gestohlenem Fahrzeug. Anruf wegen gestohlenem Fahrzeug. 6 West 2nd Street. Okay. Okay, okay, okay. Nicht jede Seite einzeln. Ist das überhaupt unser Auto? Ja, ich bin wieder unterwegs. Ich bin wieder unterwegs. Danke, Mr. Oh. Slow down! Ja. Es ist aber auch schwierig hier zu wenden mit diesem blöden Lenkung. So, dann fahren wir mal. Ich habe gehört, es wird vor einem großen Jury in der nächsten Woche sein. Schöne Sache. Terrible genug, zu verabschieden, ohne deine Todesmacht zu haben. Strewn all over the front pages. Ja, okay. So, und nun? Irgendwas stimmt nicht. Ich glaube, ich muss meine Grafikkarte wieder richtig einstellen oder so. Aber wir versuchen jetzt wenigstens diesen Part hinzukriegen. Ja, sorry. Ich habe es eilig. Nein, im Spiel ist aber der Wurm drin irgendwie. Die Fenster sind auch so tief. Und das baut sich so... grauenvoll auf. Was ist denn los? So, wir sind aber gleich da. Die Kurve! So. Na, keine Ahnung, was los ist. Oh, Verfolgungsjagd auch noch. Na, das kann ja lustig werden. Okay, also... Okay, also... Oh je, was ist denn los? Ich versuch's ja. Ja. Ich versuch's ja. Mach ich dich doch die ganze Zeit. So. Na, was kannst du da machen? Das sind zwei schwere Leute, die mich drüber aufgesehen? Was würdest du machen? Was ist dein Name? Cliff Harrison. Du bist unter Verwaltungsprozess. Für was? Was sprachst du von? Ein schöner Versuch. Ich spreche über die Fahrt, die sich verpastet. Du bist aus deinem Sinn! Ich habe das Fahrt gekauft. Und ich habe die Papierwerk, um es zu prüfen. Neuer Hinweis. Cliff... Combs Automobil 528 West 2nd Street Quittung 11.01.1947 Modell Kaiser-Freiser Typ Manhattan Gesamt 2450-95 Gebrauchtwagenquittung Vorzeug als gestohlen gemeldet Cliff Harrison Grüne Augen, Alter 24, Haare braun, männlich beim Fahren von... You purchased this car from Combs Automotive Company? Yeah, that's right! Oh... Machen wir eine Antwort, entfernen Okay, dann ist es wahr And the ownership papers? From the same place! If this is a forgery, it's top notch This will need to be traced Ach so Modell Kaiser Viertürig, Baujahr 47 Viertürig Do you have a criminal record, Mr. Harrison? No, nothing like that Hm, er zünkt ja ein bisschen mit den Augen Hm Ich mach nur mal Intuition Ich bin heute nicht in guter Verfassung Ja, dann ist ein Zweifel You better give us something, Cliff Or we're gonna make this hard on you I didn't steal the car I ran because Because I've got some wacky backy In the glove compartment How much, Cliff? One reefer We'll let it slide You're in enough trouble Okay, der Tag zum Fahrzeugkauf Who did you deal with at Combs Automotive? The owner, Richard Combs Hm Okay And he made out the bill of sale, personally? Of course he did He kept a facsimile for his records Check with him Okay We're going to get to the bottom of this, Harrison Until we do, you're going downtown You gotta be kidding me I'm getting arrested for buying a goddamn car? If everything is legit, Harrison, you'll be out soon Until then, if I were you, I'd keep my mouth shut Bag his possessions as evidence And have him arrange for Grand Theft Auto Right, Detective Do you know who my father is? We need to get to Combs Auto And check out Harrison's story Ja, es ist jetzt leider nur ein kurzer Part Aber ich muss mal gucken, was mit der Grafikkarte ist Mit der Einstellung Deswegen Danke fürs Zusehen Und wir sehen uns im nächsten Part wieder Adios Bei hör Und J Texas By Du стру